Gute Morgen! Wir begrüssen uns zu einem zweiten neuen Video von ELBA Wir sind heute ganz in einer anderen Ecke Ehrlich gesagt weiss ich nicht mehr genau wie es hier heisst Ich blende es euch natürlich ein Und ich habe hier einen Trail empfohlen bekommen vom Roman Mal schauen was das ist Und dann hat es noch einen blauen und wir versuchen beide zu machen Ich nehme euch ein wenig mit und dann wünsche ich euch viel Spass Bleibt dabei! So, wir sind jetzt im Abheil Wie gehts? Wir haben aber schon relativ weit oben parkiert Das heisst wir können auch runter fitzen Und wieder hoch So Wir sind hier auf dem Top Ankommen Oh Wir haben hier einen Trail Mit einem schwarzen Aber Wie gesagt das ist ein tolles So Können wir den mal ansehen Aber wir geniessen uns zuerst mal die Aussicht WTF Hallo Hallo Da ist noch etwas los Ich habe hier oben angenommen Aber einfach geil Mit einem Da ist noch ein bisschen Wie geht es noch ein bisschen Das ist ja Auch ein bisschen Ein bisschen Für den Das ist ja Wie geht es noch ein bisschen Wow! das ist mega schön Wir müssen schnell gucken, was wir sehen. Ja, ich finde es schon. Drop! Das ist so tief! Du musst ihn schnell nicht anhalten. Krass! F***! F*** man! Crazy! Unfestiger Messer und nur noch runter. Oh, mein Schuhbändel. So, jetzt. Also gut, los geht's! Oho! Oho! Ja, ich bin flüssig da. Wow! Oho! Du hättest schon abkürzen können. Sehr nice! Echt ein geiler Trail. Roman, du hast einen guten Tipp, gell? Auch wenn der uphill... Ich seh mal, hast du das nicht gesehen. Oh, guck da! Schön dranbleiben! Das große! Oho! Stil. Oho! Achtung! Steig! Keine Ahnung wie gut sie halten. Ich weiss nicht wie gut sie halten. Und einen Absatz! Ohohoho! Alles gut? Alles gut, alles gut! Gut bei dir Andi! Alles gut! Schau mal, da ist nass! Alles gut! Alles gut! Ah! Wow, das sieht gut aus wie schön die Landschaft hier auszuschauen, wie die Brüste Ich habe immer wieder begeistert von der Brille von Alpina, einfach eine gute Sicht, super Hals, fast kein Wink in den Augen, sehr sehr geil, schaut unbedingt vorbei, alle Links findet ihr in der Beschreibung. Wir müssen abbremsen, wenn hier noch ein Wanderer kommt. So, machen wir die Gucke. Wow! Schön, so schön! Schön! Sehr, 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 sehr schön! Ich glaube, wir sind wieder in Wald. Gut, gut! Das ist doch schön! So, Hand in fronta. Schön, weil es ist ganz gemütlich. Ja, ich glaube schon. So, machen wir den Asana. So, nochmal ein riesen Hommage. Nein, besser gesagt ein riesen Dankeschön an Aaron. YouTube-Channel Trade Tracker für das Bike, das ich hier fahren durfte. Es ist der Hammer und macht unglaublich Spass. So gut! So gut! So gut! So gut! Ja, natürlich! Es war trotzdem lustig. Vollgas. Ein schöner Trail. So! So, das war es noch vom heutigen Biketag in Elva. Übermorgen geht es leider schon wieder nach Hause, morgen gehen wir noch ein bisschen baden. Was will man mehr? Schaut euch das mal an. Einfach nur, nur geil. Echt cool, coole Trails auf dieser Insel. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal da seid, nehmt euch ein Bike mit. Das war geil mit Andi, der ist leider gerade nicht rum, aber trotzdem sehr, sehr cool gewesen. Ich habe immer Freude, wenn Andi dabei ist auf dem Bike und wir ein paar coole Abfahrten machen können. An dieser Stelle danke an Andi und liebe Grüße gehen raus an Stefan. Und zwar einfach, weil er es verdient hat und weil er es sich gewünscht hat. Ich hoffe euch hat es gefallen, wenn ihr auch vergessen habt, den Kanal zu abonnieren. Daumen hoch, da zu lassen, freut mich wie immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Amen. Und dann gehen wir Unit da, bitte. Entschlepen.